Peter Marvey ist weltweit führend im magischen Fliegen. Die Flying Illusion ist die wohl schwierigste, begehrteste, aber auch eine der gefährlichsten Illusionen überhaupt. Peter kreierte seine erste Illusion während der Zeit an der Kantonsschule. Er überraschte Laien und Zauberer mit der schwebenden Assistentin. Peter Marvey zeigt seine Kunst um den ganzen Globus. Hier für das japanische Fernsehen. Peter Marvey ist eine große Herausforderung. Peter Marvey ist eine große Herausforderung. Ja! Der Ball ist im Tick. Der Vorbauten in Nachteil ist getting rid of Peter. Und jetzt... Ich bin im Tick! Ich bin der Vorbesten. Geschw Privatsch der Ballen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Entwicklungszeit für seine erste Flying Illusion betrug sieben Jahre. Es war die Illusion, von der er im Neubau war. Peter lässt nicht nur Personen oder sich selber schweben, sondern auch beinahe beliebige Gegenstände. Autoreifen, Instrumente, Brillen, Faxmaschinen oder seine bekannten fliegenden Monitore. Alles kann stundenlang schweben, ganz nahe bei den Zuschauern. Peter Marwe wurde für drei zweistündige Fernsehsendungen in Japan unter Vertrag genommen. Alles basierend auf seinen Schwebeillusionen, die weltweit einmalig sind. Er kreierte sieben unterschiedliche Systeme zum Fliegen, um diese wunderbare historische Illusion weiterzuentwickeln. Es gelang ihm sogar zum ersten Mal in der Geschichte der Zauberkunst über das Publikum zu schweben. Ich bin in der Geschichte der Zauberkunst über das Publikum der Zauberkunst. Untertitelung des ZDF, 2020 Fliegen bedeutet das Überwinden von Grenzen, das Durchqueren von Luft und Wasser, das Verbinden von Mensch und Natur, das Erreichen endloser Freiheit. Musik 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 Die legendäre fliegende Kutsche. Ein Meisterstück der Magie. Peter Marwe lädt sie ein, mitzufliegen. Folgen sie ihm in das Land der Träume und Wunder. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020